hallo und herzlich willkommen zurück ihr lieben ja da bin ich auch wieder und ich würde sagen es geht direkt weiter jetzt hier in unserem alpinen park diesmal ja in der ersten folge haben wir ja hier schon mal so grob begonnen und ich würde sagen wir machen jetzt direkt weiter und zwar erst mal hier einen schönen weg hin ich nehme jetzt erst mal den hier machen wir erst mal bis dahin sollte erst mal langen so nächste reihe ach ja hier brauchen wir dann auch eine verbindung genau nach komm her na ich hab's doch gerade nein ich möchte hierhin danke okay jetzt gucken wir mal jetzt machen wir erstmal glaub ich hier draußen ja so sieht das schon mal gut aus na so ok jetzt wollen wir natürlich hier erstmal wieder einen weg na hier geblieben so der sollte ja ich muss sagen einmal so und dann hier direkt an der wand denn hier kommen ja dann informationen ja wie schon im ersten video erwähnt bitte ich das zu entschuldigen das ist meine frau ja sie hat eine verstopfte nase ok jetzt schauen wir mal ob das hier jetzt so reinpasst und ob wir die informationen dann direkt anschließen können an den an den wegen wäre ja super ja aber erst mal gerade machen glaube ich gucken ob das so klappt okay dann machen wir mal vorhin ging es doch ich muss mal hier dazu ah dann schon geht's ha ok das wird sogar passen perfekt ding dong aber hier passt es glaube ich nicht ne wieso passt das hier nicht eh das ist jetzt aber doof machen wir erstmal müssen wir mal gucken ob das hier passt und hier nicht ist ja komisch ok dann sollten wir uns da mal drum kümmern so mhm weg ah da schon sieht die sache anders aus unsere ersten zwei besucher guten tag so da ist jetzt die große preisfrage da brauchen wir ja ein wc und dann haben wir ja gesagt jeweils noch ein personalgebäude und dann haben wir ja gesagt jeweils noch ein personalgebäude so kann ich das nicht einfügen das ist doch eigentlich ja so sieht das gut aus und hier kommt natürlich auch ein Personalgebäude hin, wunderbar, ok, das hätten wir ja schonmal, jetzt können wir nämlich auch hier die Wand rein, wo haben wir sie denn? so, müssen wir doppelt machen, ok, na gut, machen wir das so, einmal, ok, hier dann, aha, das ist auch noch ein kleiner, ok, müssen wir mal gucken, wie es aussieht, wenn wir jetzt dann den Rahmen drum machen, ok, jetzt klauen wir uns nämlich den hier, kopieren, ziehen den einmal runter, einmal, na, hm, 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 hm. Das ist jetzt nicht so, der Birner, aber ich habe eine andere Idee, hier könnten wir auch mit, jetzt müsste ich dann natürlich erstmal Bemerkung des Farms schon, mal probieren, ob das funktioniert, jetzt da gab es doch hier irgendwo wie gesagt jetzt muss man es erst mal wieder finden ich weiß dass ich hab's ja irgendwo gesehen das sah nämlich gar nicht mal schlecht aus so ähnlich ja so ähnlich keine Holzplanke sondern solche Holzfehler waren das glaube ich aber ich weiß nicht ich weiß jetzt noch nicht ob die hier drin waren oder ob die bei ok hier waren sie nicht dann müssten sie eigentlich hier drin sein mach jetzt mal folgendes ich gebe jetzt mal Holz ein dann sollten uns jetzt ja nur noch Holzsachen erscheinen das sieht doch schon mal gut aus der passt eigentlich gut rein hm 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 Das ist da müssen wir mal schauen ich glaube das ist eins von den braunen Tönen Schauen wir mal, aber ich finde so sieht das doch viel viel schöner aus, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt. Ah, ist noch zu hell, okay. Das ist auch zu hell, das ist glaube ich ganz androton. Äh, ja. Ne, so nicht. Was ist denn das für eine Farbe? Okay, auch das nutiere ich mir mal. So, dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn man hier, das war glaube ich der, ja. Wenn man hier die, hoppala, 8, das wird das braun, okay, das passt nicht. Und das braun ist, vielleicht haben wir ja mit denen mehr Glück. So, schauen wir mal. Das könnte nämlich schon eher passen. Hm, naja. Nehmen wir jetzt mal, das würde ich sagen. Oder das hier. Ne, das passt gar nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Komisch, dass die Farben immer anders aussehen. Okay. Okay. Wir nehmen jetzt einfach mal das, da. Wir wollen uns hier noch ewig rumschlagen mit einer richtigen Auswahl. So. Mach mal so, würde ich sagen. So, noch ein kleines Stück nach unten. Ja, die anderen Geräusche sind unsere Kaninchen. Ja, wir wollen auch mit auf YouTube hochgeladen werden, haben sie gesagt. So. 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 Schön mittig, dass es genau passt. So. 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 Und jetzt noch das Spiel oben. Machen wir das ganz einfach. Einmal. So. Dann hier drauf. Jetzt müssen wir natürlich erst mal. So. Jetzt kann man das nämlich hier wunderbar reinsetzen. So. Und zwar überlege ich gerade. Ich würde es mal so jetzt machen. Oder hat es das nicht auch in dünn? an. Dann könnte man das vielleicht auch.. Natürlich nur wenn es passt. Na? Achso, ich muss erstmal auf OK. ja so wer so halt ich hab's doch kurz Ah, das sieht doch schon besser aus. So, oben kommt ja dann eh noch das Dach drauf. So, ja, ist eine kleine Fummelarbeit, aber damit habe ich kein Problem. So, könnte man vielleicht sogar noch ein klein wenig nach rechts rücken, oder? So, ja, so sieht das doch fein aus. So, müssen wir halt doppelt machen, aber macht ja nichts. So, dann einmal rüber. So, naja, so langt es schon, perfekt. So, na wunderbar, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, finde ich. Ja, ihr dürft mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Für Vorschläge oder für Anregungen bin ich immer sehr gern zu haben. Ja, ihr dürft da auch gerne eure Meinung zu äußern, wie ihr das findet. Geht direkt weiter hier. Ah, na, komm her. Machen wir es halt wieder so, einmal mit X. Okay, ja, das sieht doch. Ich glaube, da müssen wir zweimal, ja. So, einmal nach unten. Das habe ich schon fast befürchtet, dass wir hier zweimal. Das habe ich schon fast befürchtet, dass wir hier in die Kommentare haben. Wo hängt es? Oh, verrückt sich wieder jemand. Ah, so. Ja, gell. Ah, sehe ich auch schon. Okay, wobei mache ich. So. Aha, schon das WC benutzen, ja. Unglaublich. Ah, gut. Kann uns ja recht sein. Das machen wir so. Und hier brauchen wir ja nicht. Das machen wir ja schon. Hm. Gut, jetzt brauchen wir natürlich die hier wieder. So. Die ziehen wir auch hier rüber. So. Einmal. Zweimal. Ja. Das sieht doch schon eindeutig besser aus. Muss ich sagen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich glaube bei den WC konnten wir die Farbe ändern. Wenn mich nicht alles durcht. Ja. Machen wir mal. Ja. Ja. So passt das doch. So. Kann man die Farben nehmen. Doch. So sieht das doch schon besser aus. Oh, das hat er gleich übernommen. Das ist ja cool. Ja. Das sieht doch schon richtig nice aus, muss ich sagen. So. Mh. ین. Achja. Dasselbe müssen wir ja jetzt... Na klar. Weiß garnicht. Können wir jetzt eigentlich rüberziehen? Eigentlich rüber-ziehen? Gucken wir mal. Könnte unter Umständen klappen. Ja. Das ist ja super. So. Brauchen wir da noch eine zweite Schicht? Ja. Oh, ich glaube, die haben wir bald Herrn Anton vergessen. Machen wir das noch. Doch, das gefällt mir schon gar nicht. Ganz gut, muss ich sagen. Wo war es denn? Oh, nein, da brauchen wir es. Okay. Da hätten wir das ja auch. Aber ich glaube, hier müssen wir wieder doppelt. So. Einmal. Zweimal. Und ich. Ja. Da müssen wir auch wieder. So. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Aufwand. Und. Ja. Doch. Sieht sehr gut aus für mich. Okay. Da brauchen wir ebenfalls keinen Pfosten. Aber hier und da. Somit hier brauchen wir auch wieder einen. So. Also dreimal, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. So. Sollte ja jetzt auch passen. Wenn wir den hier einfach kopieren und verschieben. Ah ja. Wunderbar. Der kommt so hin. So. Jetzt gucken wir mal. Blau brauche ich. So. Der ist schon so perfekt. Wir könnten vielleicht unter Umständen hier noch einen kleinen. Schauen. So. Das passt. Wunderbar. Und dann machen wir den nämlich so. Dass der genau. Abschließt. So. Müssen wir glaube ich aber noch ein kleines Stück. So. Okay. So müsste es. So sieht das doch schon sehr gut aus für mich. Okay. Das war hier. Dann können wir dasselbe eigentlich auch hier machen. So. Beim Personalgebäude. So. Ja. Das war so nicht gewollt. So. 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 Okay. Jetzt gucken wir mal. Das man vielleicht dasselbe auf der anderen Seite. So. Soll ja gleichmäßig aussehen. Aber, da sind's doch. Da sinds gut aus. Dann passt das ja. Okay. Das waren die. Jetzt überlege ich gerade. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein Dachabschluss. Aber ich glaub. holz sieht es eher mau aus nicht? modernes holzdach hätten wir, was gerade ist, holzplattform auch, ja, das sieht, oder ansonsten dann diese hier, aber die sind mir ein bisschen zu hell, die kann ich aber auch, glaube ich, nicht ändern farblich hm, die kann man alle nicht farblich ändern, schade und schauen wir mal ok, gut, wir müssten dann so müssen wir mal schauen da möchte ich nochmal kurz was schauen hm, wie sieht das denn aus, entdeckentechnisch ah, doch gar nicht mal so verkehrt so kopieren ach so, wir müssen mal weiter ein wenig noch unten dann machen wir ja erstmal die erste Schicht obana hm, das war natürlich so nicht gewollt ja wunderbar ok, dann gucken wir mal, ob man so so jetzt muss ich gleich mal schauen, ob hier auch der Zug drauf passt müsste aber äh, ja warum tanzen da bin ich ja noch ein wenig noch So, wo haben wir es denn? Schienenfahrzeuge. Da haben wir einmal den Conny oder den Ironhose. Gute Frage. Wieso sind die alle so schräg? Ja. Könnte man vielleicht... Wie sieht es denn hier aus? Das mal vielleicht das hier so machen. So. So ungefähr habe ich mir das nämlich gedacht. Ja. So habe ich es mir nicht gedacht. Gucken wir mal den anderen. So. Okay, das ist immer noch zu. Passt halt gratis so. Da müssen wir uns nochmal überlegen. Könnte hier vielleicht das mal... Wir sind vorbei. Wir können ja... So. Kann doch noch ein klein wenig nach unten. Das man gerade so die Schienen noch sieht. Und vor allen Dingen, dass der Zug auch nicht ins Holz reinfährt, sondern auf den Schienen. Ja. So sieht das doch schon fein aus. Okay, sogar noch was nach unten. Okay. Nicht mehr viel. Ich glaube, das war schon zu viel. Okay, ja. Das war eindeutig zu viel. Nach unten. So. So. Aber ich denke mal so... So kann ich es doch lassen. So. Entschuldigung. Das war meine Frau. Ja. Jetzt gucken wir einfach mal. Aber das sieht doch eigentlich gar nicht verkehrt aus. Na vielleicht... Das ist im Moment sehe ich ja noch nicht, wo dann die Stützen hin sind. Ob die alle verschwinden oder ob welche hier in den Häuserblock dann zu sehen sind. Da ist zum Beispiel... Okay, die sieht man dann doch mehr als mir liebes. Aber gut, die kann man ja auch... Ich glaube, die kann man ja auch rausnehmen. Frage ist, ob man es jetzt schon machen kann. Aber ich glaube, das sieht nicht so aus, ne? Okay, dann werden wir das aber danach dann gleich mal tun. So. Ja, jetzt müssen wir dann nochmal auch gucken, dass wir irgendwie dann auch drauf bauen. So. Schieben wir es mal noch ein Stück nach da. So. Okay. Jetzt haben wir es schon mal gebaut. Ah, hier genau. Schienenstützen machen wir weg. Brauchen wir hier in dem Fall nicht. So. Ja, ich weiß, das wird auch noch fertig gemacht. Keine Angst. So. Ja, zumindest sind jetzt die weißen Balken weg. Ja. Und dann sage ich, ähm... Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge auch sehr gefallen. Und mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und sage bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Euer Ossi Zocker Markus. Tschüss.